Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Let's play together The Legend of Zelda. Mit mir, eurem Dengoku-Sanpai und Superbrot1992. Ich bin gespannt, was er geschafft hat. Haben wir was Neues? Nö. Wir haben eine Ananas da drüben. Ist das eine Ananas? Uns fehlt noch ein Herzteil, da haben wir wieder ein Herzchen voll. Ja, was müssen wir machen? Ich hab keine Ahnung. Okay, wir haben immer noch das eine Lied nur. Vielleicht hat ihm das ja geholfen, dass ich das Lied besorgt habe. Ich weiß es nicht. Wo sind wir hier überhaupt? Das ist die Frage aller Fragen. Wer kann das denn noch ertragen? Oh, hier unten sind wir. Yay, dann können wir hier mal das Gebiet weiter erkunden. Wenn wir schon mal hier sind. Moin! Ficker, 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 Ficker. Ah. Hallo, geh sterben. Was ist das denn? Hallo. Hallo, geh du mir mal auf den Weg, bitte? Nein, das will ich überhaupt nicht. So, das will ich. Nein, ach. Boom. Wie, bringt ne? Bitteschön, ein Geschenk für dich. Oder auch nicht. Okay. Ähm, ja. Gut. Ähm, ja. Ähm, ja. Das ist sehr gut kommentiert, muss ich sagen. Was haben wir hier? Nix. Okay. Kreis gelaufen, das für nix und wieder nix. Schauen wir mal weiter. Fick dich, fick dich, fick dich. Ah, geh weg. Ein Lapp. Wo kommt das hier denn auf einmal her? Was zur Helle? Ja, okay, mir scheint es wie hier mitten in der Wüste. Oh, fuck. Oh, fuck. Weg. Lauf. Oh, das ist eine Hülle, Hülle, Hülle. Hülle ist gut. Gut. Aber in Sicherheit. Okay, hier ist nix. Da ist wer. Ach, diese komischen Schlangen sind das ja. Okay, toll. Bestimmt müssen wir hier die Viecher erledigen, damit wir irgendwas kriegen. Oder auch nicht. Die Wände sind aber auch nicht irgendwie rissig oder so, dass wir die in die Luft jagen könnten. Nee. Ja, scheiße, ich bin gleich tot. Bam, bam, bam. Okay, was sagst du mir? Schlaf ist gegen das Ende, das böse ist. Was? Schlaf ist gegen das Ende, das böse ist. Was zur Helle? Mein Gott. Okay, wir können noch einmal nach links und dann haben wir das Gebiet erkundet. Welcher Trotte läuft da auf dem Land herum? Ich. Ein böses Monster. Oh mein Gott. Es kommt. Oh, ich bin fast tot. Weg, 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 weg. Aufpass hin. Ups, ich bin gefressen worden. Ja, komm, tötet mich mal eben. Ich brauche eine volle Energie. Mit dem bisschen Energie können wir das sowieso nicht packen. So, damit sieht es schon viel besser aus. Damit sind die... Oh, das läuft gerade schön flüssig, muss ich ja... Neun, fickt euch. Geht weg. So, welcher Trottel läuft da auf den Sand herum? Das bin ich. Dengoku Senpai. Du Arschkrampe. Bäh, eine böse Schlange. Wir dürfen nicht in die Mitte, sonst werden wir verschluckt. Ha, erwischt. Wow. Vielleicht können wir eine Bombe oder sowas legen und das, wie frisst das dann? Ah, nein. Ah, verdammt. Oh. Wee. Na, wo tauchst du auf? Da. Ha. Ha. Doppeltreffer. Kackvogel, frisst das. Boom. In deinem Gesicht dusch. Nein, nicht in die Mitte. Mit dem Wunderschlüssel öffnet sich das Tor zum Wundertunnel. Na toll. Wo ist denn der Wundertunnel? That is the question. Ach, das will ich gar nicht. Ähm. Wundertunnel? Ja, das kenne ich schon. Ja, ist ja gut. Wir haben den Schlüssel zum Wundertunnel. Aha. Oh mein Gott. Dieses ewige Gelaber von dieser blühen Kackvogel-Eule. Zwergenbucht. Wo ist denn der Wundertunnel? Zodorf. Düsterwüste. Düsterwüste. Durstwüste. Ja, ist alles Durstwüste, ne? Mhm. Ja, dann gehen wir halt da unten lang, wo wir gerade, äh, verkackt haben. Weggeschnappt. Schlababababab. Wurden. Da lang. Irgendwo werden wir schon den Weg finden. Ach. Haben wir einen schönen Umweg gemacht. Sehr schön. Oh, die Eule. Juhu. Juhu. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet. Verschwindet. Uhu. Musst du nach unten springen. Uhu. Uhu. Dort, wo das Wasser verschwindet, muss ich nach unten springen. In die Berge. Ähm. Oh Gott. Das ist so ein weiter Weg zu den Bergen. Dort, wo das Wasser verschwindet, muss ich reinspringen. Ich hab gar nichts, um das zu überleben. Fällt mir mal grad so ein. Bestimmt lauf ich grad in die total falsche Richtung. Äh, konnten wir nicht irgendwie rennen oder so? Ah, dafür müssen wir das andere Item nehmen, ne? Hm, ich glaube auch. Ich glaube auch. Dö, dö, dö. Papa. Da, 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 da. Frrrr. Wir haben 782. Uh, da können wir einkaufen. Fällt mir grad ein. Oh, was geht jetzt? Er scheint durch Marins Lied in Traun zu sein. Wer scheint immer... Ach so. Bring's mir bei. Oh, Besen. Ich bin auch oft im Zoodorf, um zu singen. Selbst hier lieben sie die Ballade vom Windfisch. Was ist denn dein Lieblingslied? Muss ich das jetzt mit-switchern hier? Ich glaub schon, ne? So. Puh. Joa. Die sagt dir ja grad, dass, äh, die das gerne hören hier. Das heißt, ich muss das hier singen? Oh, was geht ab? Ich hab grad gar keine Ahnung, was das soll. Das ist wieder so eine geile Butcher, wisst ihr? Die darf für Wunder stehen drauf, sagt sie. Aber eigentlich... Vielleicht ihr? Nö? Leider ist sie nicht vollendet. Aber du scheinst mir nicht besonders kunstinteressiert zu sein. Ja, und? Hau ab, Arschloch. Soll ich dir was vorspielen? Boah, 2400-fach-Prozent-Geschwindigkeit. Alter. Mein neuer PC hat's echt drauf. Ich sag's euch. Was geht ab? Meister Eder? Hm, du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal eine Blumen oder so mitbringt? Mit dem rede ich erst gar nicht. Hm. Über Hibiskus würde ich mich auch schon freuen. Renditchen? Nö? Okay. Okay, ist mir egal. So, hier ist wieder nix. Ja, dann haben wir die Stadt jetzt nochmal erkundet. Das verstehe ich nicht. Was wollt ihr denn jetzt? Was willst du? Ein Bär. Dem ist eröffne ich wohl ein Bistro. Ein Mövendorf. Ach man, warum gibt ihr mir so einen dreckigen Tipp, wenn das sowieso nichts bringt? Kann ich da reinspringen? Nein. Ich habe, da wir jetzt angefangen haben, die Parts hochzuladen, weil wir schon ziemlich weit da sind beim Hochladen, habe ich gesehen, dass Superbrot in ein Ding reingesprungen ist. Aha. Okay, wir müssen in die Berge. Von den blauen Bergen kommen wir. Nein! Weg da. So, in die Berge. Ach, falsche. Ich will mal die Karte angucken. So, Wasserfall. Wo finden wir denn Wasserfall? Ähm, da ist das Schloss. Telefonhäuschen. Ist da oben der Wasserfall? Ach nee, da war der Dungeon. Das weiß ich noch. Aber wie kommen wir denn da hoch jetzt zum Wasserfall? Wir sollten einfach mal gucken, dass wir irgendwie einen Weg jetzt finden. Wo wir noch nicht gewesen... Oh mein Gott, laufen wir doch nicht den Weg, du blödes Kackvogelvieh, ey. Kannst du mal sterben, bitte? Danke. Ach, hier waren wir doch auch schon, oder nicht? Wir müssen zu einem Wasserfall. Ich habe noch nicht... Wie jetzt? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Boom! In dein Gesicht, du Spocken! Frist... Boom! Scheiße. Oh, jetzt sind die schon wieder da, die Sachen. Okay. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-da-da-da-da-da. Ich hasse Bomben, Angriffe auf mich. Da ist der Wasserfall! Schläft der Fisch ewig, der Held wird zu Erde. Aha. Hier sollen wir irgendwo ins Wasser springen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich könnte mal ein paar Herzen gebrauchen, Leute. Jetzt die Frage, wie kommen wir da rüber? Weil das ist ja unser Ziel jetzt eigentlich. Wir müssen zum Wasserfall. Hier ist überall gar nichts. Nicht zum Reinspringen. Da müssen wir reinspringen, oder nicht? Ich muss Superbruder auf jeden Fall, falls ich das nicht schaffe, die Informationen dafür geben, dass er dann da weitergucken kann. Weil da hapert es jetzt ja... Du bist ein Hurensohn. Oh, ohne Scheiß. Das ist so nötig gewesen jetzt. Ja, ja, ist ja gut. So, die Kackvogelfiecher, ey. So, weg mit euch. Mein Herz. Mein Herz ist aus Glas. Nee. Wie geht dieser Song noch? Den gab es früher, in den 90ern? Was, in den 90ern? Ich weiß das gar nicht. Herz aus Glas. Von Ben. Von Ben. Benny Boy. Naja. Okay, ähm... Schön weiterlaufen. Suchen, suchen, suchen. Ah, genau falsch gelaufen. Das ist geil. Das hat Style. Ich muss ihn nicht schaffen. Ach, Fuku. Okay, das hat also keinen Sinn. Ach, hier ist die blöde Elfe. Lass mich deine Wunden heilen. Bla, bla, bla. Danke. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Die hat... Der hat doch gesagt... Warte mal, wo kam denn die Information? Hey, ich will mir das nochmal... Eben durchlesen. Wo ist denn der Geier? War der hier nicht irgendwo da? Du hast das... Oh nein, das war die falsche Information. Oh mein Gott! So, da bin ich gerade. Wo ist denn jetzt der komische Pleitegeier? Der ist ja gar nicht mehr. Ach doch, da. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen. Da bin ich. Ähm, gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Oh, das sind solche Hohen. So ein Viecher. Guckt euch das an. Ich krieg gleich das Katzen. Echt ohne Scheiß. Ich kann die noch nicht mal... Boah, stirb. Blödes Mistvieh. Ach, Ficky, Facky. Das war auch noch falsch. Dort, wo das Wasser verschwindet, musst du nach unten springen. Das heißt, ich muss da hin, wo der Weg zum See aufhört. Ach, du bist eine Pissflitsche, ey. Das ist unfassbar. Ich sollte mal gucken... Ah, Fick dich doch. Lass mich los. Ob ich da außenrum vielleicht irgendwie gehen kann? Oder auch nicht. So, erstmal alles töten. Ich glaub, hier war ich schon. Ach ja, man kriegt Schah nur ein Ende für nichts und wieder nichts. Das ist unfassbar in diesem Spiel. Soll ich sterben? Okay, hier kommen wir nur zu dem Tempel, ne? Ja, hier ist nur der Mastentempel. Ja, scheiße. Ähm, dann bin ich jetzt falsch gelaufen. Mal wieder. Okay. Geh mal aus dem Weg. Du sollst mir aus dem Weg gehen und nicht in den Weg laufen. Verstehst du das nicht? Spreche ich so, Aheli. Na gut, ja, dann haben wir ein bisschen weiterspielen können. Also, das Spiel ein bisschen weiterbringen können. So, dass Superboot vielleicht beim nächsten Mal die Lösung aller Rätsel lösen kann. Die Lösung aller Rätsel. War das so grammatisch richtig? Ich glaub nicht. Müssen wir vielleicht eine Ballade spielen? Komm, versuchen wir mal das Lied von der komischen... Ne, Sahlia war ja in Ocarina of Time, ne? Nur nix. Okay. Wir haben noch zwei Minuten. Was können wir da noch erreichen? Wir können wieder zurück zu dem Vogel laufen. Oder ich bende jetzt einfach den Part hier. Und Superboot kann dann mal gucken. Womit es das auf sich hat, so. So, Moment. Ja, komm, machen wir diesmal einen kürzeren Part. Ich hab ja sehr oft überzogen, auch. Das ist ja den Gokus-Style. Wo haben wir ihn? Da. So, die Information werden wir ihm jetzt geben. Und, äh... Ich hoffe, er kann damit was anfangen. Nicht so wie ich, dass man dann blöd rumschlein und so. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schreibt, wie es heißt, Let's Play Together The Legend of Zelda. Links Awakening. Mit mir, euer Dengoku-Senpai. Und Superboot1992. Schaut bei ihm vorbei. Er hat lustige Projekte. Und vor allem sein Creepypasta. So ein bisschen Gruselgeschichten. Hört euch das mal abends an. Alter, ihr kackt euch in die Hose. Hoho. Dankeschön. Haus rein, tschau sein. Fürs nächste Mal. Und tschüss. Euer Dengoku-Senpai. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020